Musik 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 Was? Klieger hier? Zeig ich euch mal. Guck mal hier. Ich bin doppelt. Musik Musik High five. Ich hab vier Hände. Hallo. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich habe vier Füße. Lala. Und auch vier Knie. Ich habe vier Augen, zwei Mönde und zwei Nasen und vier Nasenlöcher. Ich habe zwei Bäuche und zwei Pullover an. Meine Zwillingsschwester. Kammelwirbel. Ein Schmetterling. Warte. Ich habe vier. So bei uns. In Mathe. Da geht es um Symmetrieachse. Oder wie das heißt. Und jetzt haben wir ein anderes Thema. Aber. Aber ich mache das letztlich. Eine Blume, die jetzt aufgeht. Und verblüht. Bis sie neu wächst. Die ist langweilig, wenn ich mit meiner Zwillingsschwester spiele. Die ist sehr langweilig. Das sieht schön aus. Eine gute Dach. Da, ja, da. Die geht auf. Die geht auf. Und ich bin da drin. Mit meiner Zwillingsschwester. Nicht wahr? Nicht wahr? Wir sind Zwillingsschwestern. Ja. Das sind wir. Wir sind Zwillingsschwestern. Und ja. Wir haben was. Ich habe keine Zwillingsschwester. Das sind wir. Das ist nur die Scheibe. So. Hä? Kann ich ein richtiges jetzt machen? Tada! Gib den Daumen hoch. Und klick auf die Glocke. Damit du kein Video von Teta Mildred verpasst. Und ihr Name. Wenn ihr Teta's Videos benutzen wollt. Dann schreit Mildred Morning oder anderswo. Ja. Dann. Bin ich meiner Schwester. Schwimmingsschwester. Sieht komisch aus. Und schön. Habe ich noch die Hände. Habe ich noch die Hände. Achtet nur auf meine Hände. Bisschen langweilig. Aber. Sieht schön aus. Zwei Herzen. Zwei Herzen. Bei euch. Das Licht ist zu gut. Das sieht schön aus. Ja. Das sieht nicht so schön aus. Ja. Das sieht nicht so schön aus. Ja. Ich lege. Hi. Willkommen zu Teta. Teta Mildreds Channel. Wir sind immer noch in Ikea. Und. Ja. Was soll ich sagen. Es ist schön. Und. Ich habe. Kakao getrunken. Und ich habe. Wie viel habe ich Kakao getrunken? Die waren sehr lecker. Das war eigentlich heiße Schokolade. Es ist schon dunkel. Und es gibt Schneeregeln. Und das zeuge ich euch jetzt. Hier ist der Schneeregeln. Man sieht ihn da oben sehr gut. Schnee. Ein bisschen Schimmel. Ups. Das ist eine Ausstattung. Die Funktion. Die Funktion. Die Funktion. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020